Grüß euch zum Tagesupdate hier aus Stuttgart. Heute ist Halbfinaltag. Der VfB Stuttgart empfängt Eintracht Frankfurt, die Frankfurter auf dem Weg. Möglicherweise zum dritten Titel innerhalb von fünf Jahren. Das ist doch Wahnsinn. Und Wahnsinn sind auch unsere Themen für euch, die da wären. Wir machen den Personalcheck. Wie sieht es denn nun aus mit den angeschlagenen Kolomüani, Ndika und Lindström? Wer kann, wer vielleicht nicht. Außerdem bei uns Good News gestern. Axel Hellmann bleibt. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, Spekulationen auch zu beenden. Gleich noch eine aktuelle Reaktion da drauf. Außerdem ein Interview mit einem, der für beide gespielt hat. Wir treffen Timo Hildebrandt hier an seinem Wohnort. Meine Zeit bei der Eintracht war relativ kurz, aber ich bin ja gebürtiger Hesse und trage die Eintracht immer im anderen Teil vom Herzen. Und es ist der Countdown. Noch ein Sieg bis Berlin, noch zwei Siege bis zum Römer. Und wenn du das mal miterlebt hast, das macht schon ein bisschen süchtig. Und der Römer bedeutet auch Europa. Denn die Europa-League wie der DFB-Pokal natürlich ein Eintracht-Wettbewerb. Doch auch der VfB hat eine breite Brust. Trotz Tabellenplatz 15 die Schwaben ein wenig im Hoch. Und das bestätigen auch die Schlagzeilen hier in Stuttgart. Unter anderem kann man da lesen, der VfB will über Teamgeist zum Erfolg kommen. Ein Doppelpass-Spezial gibt es hier bei den Schwaben. Außerdem für den VfB geht es in fünf Tagen um 50 Millionen Euro. Heißt Pokalfinale und Europa plus natürlich der mögliche Klassenerhalt. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und natürlich wird der Spieler des DFB-Pokals, Rondal Colomiani, auch von den Stuttgartern gehuldigt und gelobt. Der VfB ist ein Außenseiter. Darin steckt eine Chance, sagt der Ex-Frankfurter und Ex-Stuttgarter Fredi Bobic. Die Schwaben also sehr optimistisch und zuversichtlich. Aber im Pokal zählt die Bundesliga-Form nicht. Weder die des VfB noch die der Eintracht. Und auch der Pokal ist natürlich ein Eintracht-Wettbewerb. So kam die Eintracht hier in dieses Halbfinale. Ichi Kamada, 1-0. Drittes Pokaltor für den Japaner im neunten Pokalspiel. Lindström, was macht der Däne? Der schaut und knallt das Ding rein. 2 zu 0, 32. Minute. Und Kamada, den kriegt er richtig gut. Und genau da will er ihn haben. Und der andere Joker, Luca Salario, auch er netzt. 4 zu 0. Doppelpass und nice Colomiani mit dem Lupfer und dem Tor. Elfte Minute, 0 zu 1. Wichtig hier in Führung zu gehen. Rechter Arm geht nach oben. Und dann ab dafür. Rein ins Gemängel, Smolcic. 2 zu 0. Balmohani, Tor. 1 zu 0. Rot an Polomohani. Götze, Bore, Schuss. Tor. Rafa Bore zum 2 zu 1. Aus dem Rüffraut. Was ein Tor. Kamada. Viel schöner kannst du das nicht spielen. 3 zu 2. Eintracht, Bankfurt. Moani, lange Enkel. Ja. Colomohani. Macht das 4 zu 2. Pokalviertelfinale. Wir kommen. Tolle Aktion. Moani, alleine von Tomohani. Yes. 1 zu 0. Rondal, Colomohani. Aber wir müssen die Vorarbeit loben. Absolut geil. Götze Magic. Achtung, Moani. Nächster Schotze. Colomohani. Ja. Geil, geil. Colomohani überloopt den Keeper. 2 zu 0. Eintracht, Bankfurt. Doppelpack. Lebeling, Lebeling. Große Chance. Kevin Trapp ist da. Absolut. Aus. Und jetzt ist los. Feierabend. Eintracht, Bankfurt steht im DfB-Pokal. Halbfinale. Und hier in Stuttgart dreht sich natürlich alles um. Dieses Halbfinale. Der Gegner von RB Leipzig wird ermittelt. Die Leipziger ja gestern mit einer Demonstration ihrer Power. 5 zu 1 beim SC Freiburg. Immerhin Freiburg aktuell auf einem Champions League Rang. Das war ein dickes Ausrufezeichen. Leipzig also auf dem Weg. In den eigenen Augen Richtung Titelverteidigung. Stuttgart und Frankfurt können da aber noch ein großes Wörtchen mitsprechen. Die Eintracht hat es genauso gemacht wie im Europapokal zuletzt. Training und Pressekonferenz noch in Frankfurt. Dann ging es an den Spielort. Gestern die Ankunft hier in Stuttgart. Alles allerdings aufgrund der Form in der Bundesliga noch mit ein wenig gemischten Gefühlen. Es ist toll, dass wir jetzt im Halbfinale stehen. Aber es ist uns natürlich dann zu wenig. Wir wollen ins Finale. Und dazu brauchst du einfach auch eine positive Grundstimmung. Und das ist immer die Challenge in solchen Phasen, die wir gerade haben. Dass wir uns dann nicht noch gegenseitig nach unten ziehen, sondern eher gegenseitig aufrichten. Und ja, momentan ist die Tür so fest zu, dass wir uns eine Beule nach der anderen beim Anlaufen holen. Und wir werden versuchen und wir werden alles geben, dass wir in Stuttgart jetzt durch die Tür durchgehen und ins Finale nach Berlin fahren. Und das ist ja immer, was ich, seit ich hier bin oder in all meinen Stationen predige, es geht sowieso nur gemeinsam. Und wir werden gemeinsam dieses Schiff Eintracht Frankfurt, wo gerade so ein kleiner Sturm weht, das werden wir durchmanövrieren. Und ich weiß, dass ja irgendwann mal wieder die ruhige See kommt. Und ich glaube, mit einem Sieg in Stuttgart kann schon wieder ganz viel von diesem Sturm auch abgeebbt sein. Und natürlich teilen wir die Hoffnungen von Oliver Glasner. Und genauso wird das auch Timur Hardung tun, der sich heute Morgen noch Zeit genommen hat für uns, für ganz wichtige Fragen rund um Vorstand, Personal und ums Bauchgefühl. Sag uns doch mal als erstes, mit welchem Bauchgefühl bist du heute in den Halbfinaltag gestartet? Mit einem sehr Positiven. Ja, also ich glaube, ich wie auch die ganze Mannschaft, die haben richtig Bock hier heute. Wir haben in der Bundesliga hier ein gutes Spiel abgeliefert. Und ich habe einfach auch ein gutes Bauchgefühl, dass wir heute das wiederholen können und ins Pokalfinale einziehen können. Erzähl uns doch mal, wie sieht so der Tagesablauf der Mannschaft heute aus, bis zum Spiel heute Abend? Ja, tatsächlich ist es relativ langweilig heute. Es sind viele Stunden, die wir überbrücken müssen. Wir sind heute wegen einem Highlight hier. Das findet heute Abend statt. Aktuell aktivieren sich die Jungs unten. Da ist ein großer Besprechungsraum. Da sind Matten. Da wird sich eingerollt, wird sich aktiviert. Ein bisschen Fußballtennis gespielt. Also eher was Lockeres, um das Kreislaufsystem in Schwung zu bringen. Aber am Ende des Tages geht es dann doch um heute Abend. Gestern gab es schon eine positive Nachricht. Unser Vorstandssprecher Axel Hellmann bleibt. Wie ist das so im Kreise der Mannschaft aufgenommen worden? Ja, positiv. Ja, definitiv positiv. Freut uns alle. Wir kennen alle Axel Hellmann. Wir wissen, wie wichtig er ist für den Verein. Natürlich wir in den verantwortlichen Positionen ein bisschen mehr wie die Spieler. Trotzdem ist Klarheit geschaffen worden und das freut uns alle. Was wird denn heute Abend gegen den VfB wichtig sein? Überzeugung, Leidenschaft und dass wir die Überzeugung an den Tag bringen, mit unserer Qualität den VfB heute schlagen zu können und zu wollen. Dass wir keine Zweifel hegen, sondern trotz der schwierigen Situation, in der wir uns ergebnistechnisch aktuell befinden, die einfach so ein bisschen beiseite zu schieben. Das interessiert heute keinen. Es interessiert auch nicht, was letzte Woche war, sondern es geht nur um heute Abend. Wir sind ja mit ein paar angeschlagenen Spielern angereist. Kannst du uns schon ein Update geben zu Kolo, Indika und Jesper? Wie sieht es bei denen aus? Aktuell sieht es noch oder schon positiv aus bei den drei. Jede Stunde, da tut der späte Anstoß heute definitiv gut. Jede Stunde hilft den Jungs, die werden dann nochmal behandelt. Und genaueres kann ich noch nicht sagen, aber aktuell habe ich es heute Morgen gesehen, da wirken sie relativ positiv optimistisch. Timo, vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns vom Finale widersprechen. Sehr gerne. Also könnte die Startelf heute Abend um 20.45 Uhr in etwa so aussehen mit Trapp im Tor. Indika wieder zurück in der Dreierkette neben Hasebe und Tutta. Butta, Rode, Sow, Ebimbe. Die Viererreihe im Mittelfeld hinter Kamada und Götze. Und hoffentlich Kolo, Mujani. Demnach würde Lindström von der Bank kommen. Aber im Grunde ist es egal, welche Elf spielen. Hauptsache die Einstellung stimmt und die Offensive schießt wieder Tore. Unweit vom Stadion entfernt übrigens dort, wo im Herbst der Cannstatter Wasen stattfindet, das große Stuttgarter Volksfest. Aktuell das Frühlingsfest. Und es passt so vielschichtig und vielseitig. A, für die Fans, also für euch. Ihr könnt vor dem Spiel oder am Tag nach dem Spiel ein wenig feiern gehen im besten Fall. Und B, passt es natürlich auf den VfB Stuttgart. Denn diese Saison, die war schon ordentlich turbulent. Es gab mehr Downs als Ups und viele Trainerwechsel. Es waren insgesamt drei Trainer vor dem heutigen. Die drei Trainer mit Matarazzo, Wimmer, Labbadia. Kurios daran, jeder durfte eine Pokalrunde spielen. Aber keiner war so beständig, weil es eben mehr Downs als Ups gab, dass er bleiben durfte über längere Zeit. Und dann übernahm Hoeneß und mit Hoeneß aktuell der VfB dann doch ein wenig zu sehr aus Frankfurter Sicht im Hoch. Platz 15 in der Liga rausgesprungen aus den Abstiegsrängen. Fünf Spiele da, drei Siege, zwei Remis. Noch keine Niederlage. Und deswegen ist Sebastian Hoeneß auch derjenige, der jetzt als Erster in dieser Saison das zweite Pokalspiel bekommt. Die Frankfurter sind, obwohl sie jetzt vielleicht in den letzten Wochen nicht ganz so gepunktet haben, wie sie es gerne hätten, sie stehen immer noch in der Tabelle deutlich über uns. Sie haben in der Champions League, glaube ich, eine wirklich gute Rolle gespielt. Ich glaube, wir sind gut beraten, eine gewisse Demut an den Tag zu legen. Trotzdem haben wir jetzt natürlich ein bisschen Selbstvertrauen tanken können. Wir spielen zu Hause vor einer unglaublichen Kulisse. Das ist jetzt einfach ein Spiel, auf das wir uns unfassbar freuen. Eine Riesenchance für uns dort, ein Highlight zu setzen, am Ende nach Berlin zu fahren. Das ist das, was wir uns vornehmen. Das ist das, worauf wir uns vorbereiten. Aber wir werden gegen eine sehr starke Frankfurter Mannschaft spielen, die sehr, sehr stark besetzt sein wird. Und jetzt das Spiel natürlich auch für sich nutzen möchte, um dort ihre Chancen international zu spielen, auch nochmal zu vergrößern. Und deswegen, glaube ich, wird es einfach ein super spannendes Spiel, ein super interessantes Spiel, auf das wir uns alle freuen können. Und so könnte dann die Aufstellung bei den Schwaben, also die Elf von Sebastian Hoeneß, aussehen. Unter ihm immer im 3-4-3-System. Labbadia spielte noch gerne ein 4-3-3. Torwart Brettlow ist klar. Dann die Dreierkette in der Defensive. Es ist wichtig, dass man gegen die Intelligenz und Schnelligkeit im Mittelfeld und vor allem im Sturm beim VfB die richtigen Mittel finden wird. Die Schwaben im Übrigen zweimal nicht erfolgreich, zuletzt im DFB-Pokalfinale. Das war einmal 2007, einmal 2013. Der letzte Erfolg legt schon über 25 Jahre zurück. 1997 war es, als der VfB Stuttgart Pokalsieger wurde. Damals gegen Energie Cottbus, ein Regionalligist, 2 zu 0 im Finale in Berlin. Torschütze zweimal Giovane Elber und beim VfB damals vier Spieler dabei, die auch Eintracht History haben. Thomas Berthold, Matthias Hagner, Thorsten Legert und auch Fredi Bobic. Und der damalige Trainer des VfB, auch mal Spieler bei Eintracht Frankfurt gewesen. Ihr kennt ihn alle. Joachim Löw, der Weltmeister-Trainer von 2014, war damals VfB-Trainer und bekam genau hier an dieser Stelle die Haare abrasiert, weil er eine Wette verloren hat. Unter diesem Balkon also Jogi Löw mit der Glatze von Thomas Schneider, seinem späteren Assistenten beim DFB, hat er die Haare hier gekürzt bekommen. Ich finde, sah eigentlich ganz schick aus, konnte er tragen. Und einer, der ebenfalls eine VfB- und Frankfurt-Vergangenheit hat, wohnt jetzt hier in Stuttgart und den haben wir besucht. Timo Hildebrandt. Timo, schön, dass es geklappt hat. Ich habe gesagt, Frankfurt und Stuttgart-Vergangenheit, du wohnst hier in Stuttgart und jetzt sind wir auf dem Sportplatz. Warum sind wir hier? Warum haben wir uns hier getroffen? Weil es unkompliziert war. Ich bin auch so ein bisschen Trainer von meinem Kleinen, auch von seiner Mannschaft und versuche den Torhüter ein bisschen was beizubringen. Was war das Beste, was du mit dem VfB erlebt hast und was war das Beste an Frankfurt? Es ist eigentlich relativ einfach. Beim VfB war es natürlich die Deutsche Meisterschaft. Ich hatte hier die beste Zeit, zwölf Jahre meiner Karriere. Ich war aber noch mal dankbar, auch bei der Eintracht spielen zu dürfen. Der Kevin hat sich ja damals verletzt und wollte eigentlich danach nach Amerika. Da war ich echt noch mal dankbar, dass ich so ein paar Monate Überbrückung hatte. Dann hatte ich eine Hüft-OP und dann hat es sich auch verlaufen. Karriereende. Ich bin froh, eigentlich mein letztes Jahr. Was heißt mein letztes? Ich habe mein letztes Spiel für die Eintracht gemacht und bin auch wehmütig in Leverkusen vom Platz gelaufen. Wie sind deine heutigen Verbindungen zum VfB und zur Eintracht? Natürlich ist es klar, dass es hier engere Verbindungen gibt. Der Kakao ist der Botschafter. Ich bin auch so ein bisschen eng dran und ich habe ein eigenes YouTube-Format für den Hauptsponsor. Natürlich fieber ich hier noch viel mit. Meine Zeit bei der Eintracht war relativ kurz, aber ich bin ja gebürtiger Hesse und trage die Eintracht immer im anderen Teil vom Herzen. Wenn man auf dem VfB heutzutage schaut, ist es für die Eintracht kein leichter Gegner, weil man unter Hoeneß jetzt plötzlich Erfolg hat. Was macht der neue Trainer anders als die Vorgänger Labbadia oder Matarazzo? Spirit, also es ist eine andere Mannschaft auf dem Platz. Die kämpfen, die spielen wirklich richtig guten Fußball und es macht wieder Spaß, den Jungs zuzuschauen. Und sie sind wirklich wie ausgewechselt. Ich war gegen Wolfsburg im Stadion, es war irgendwie so ein Offenbarungseid. Da hat mir gedacht, gegen wen sollen wir überhaupt noch gewinnen? Jetzt ist es irgendwie so, gegen wen sollen wir verlieren? Also es hat sich echt komplett gedreht und deswegen freue ich mich auf das Spiel. Wenn man auf die Eintracht schaut, da scheint es so, als wäre der Spirit so ein bisschen verloren gegangen. Wo blieb er auf der Strecke oder woran machst du diese etwas schwächere Strecke fest? Du sagst es ja, es ist eine kleine Schwächephase vielleicht. Ich glaube, die Eintracht hat in den letzten Jahren Überragendes geleistet, hat sich brutal entwickelt als Verein. Und wenn ich das so vergleiche, für mich ist die Eintracht der VfB vor 10, 15 Jahren. Und es macht Spaß, den Jungs einfach auch zuzuschauen. Aber es gibt eben auch mal solche Phasen, die man eigentlich auch gut übersteht. Die Leute sind wahrscheinlich dann auch schon wieder verwöhnt. Wem traust du heute vor ausverkauftem Haus was zu und worauf wird es ankommen? Pokalfight. Ich meine, es ist der Klassiker-Halbfinale. Die beiden Mannschaften wollen alles daran setzen, ins Finale zu kommen. Eben jeden Zweikampf so hart zu bestreiten, als wäre das keiner vorbeikommen darf. Ich glaube, darauf kommt es einfach an. Vielleicht ist der eine oder andere glücklicher in der Tagesform. Aber ich wünsche mir, ich glaube, es wird auch echt ein emotionales Spiel. Und ja, let's see what happens. Du musst jetzt keinen Wunsch ausdrücken, aber einen Tipp, wie wird es ausgehen? Was glaubst du? Ja, mein VfB-Herz schlägt schon noch ein bisschen höher. Deswegen, die Eintracht hat den Titel ja vor ein paar Jahren schon geholt. Und ich wünsche mir, dass der VfB ins Endspiel kommt und dadurch hoffentlich auch nächstes Jahr internationales Spiel. Das ist legitim. Wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles klar, danke dir. Natürlich gar nicht so einfach für Timo Hildebrandt, dass eben zwei Herzen in seiner Brust schlagen. Aber die Nähe zu Stuttgart, weil es sein Wohnort ist, ist auch nachvollziehbar. Gar nicht so einfach wird auch die Schiedsrichter-Geschichte. Denn der Referee heute hat keine gute Eintracht-Bilanz. Daniel Schlager wird das Spiel leiten. Fünfmal pfiff er bisher Spiele von Eintracht Frankfurt. Kein einziges Mal konnten die Hessen gewinnen. Das Wetter allerdings wird gut werden. 15 Grad, klarer Himmel. Also braucht man nicht so die dicke Jacke mitzunehmen heute Abend ins Stadion. Und unser Fahrplan sieht folgendermaßen aus. Ihr kennt das Spielchen. Um 19.25 Uhr gibt es die Busankunft am Stadion auf Instagram live. Fünf vor acht, 19.55 Uhr dann Facebook live mit der endgültigen Aufstellung. Markus Kröscher wird sie uns verraten. 20.30 Uhr dann die Twitch-Watch-Party mit Nico Heimer, Sophia Kleinherne und Laura Feiersinger. Und zur gleichen Uhrzeit Eintracht FM. Also da gibt es auf die Ohren mit Marc Hindelang und Lars Weingärtner. Und um 20.45 Uhr dann der Anpfiff. Wiederholen es gerne nochmal am Ende unserer Sendung für euch. Der DFB-Pokal ist ein Eintracht-Wettbewerb. Noch ein Sieg, dann ist man in Berlin, wo das hier passierte. 2018. Und noch zwei Siege sind es bis zum Römer, wo vor fünf Jahren genau das hier passierte. Die Magie des Römers und die Geschichte Eintracht Frankfurt und der DFB-Pokal. Etwas ganz Besonderes, was wir am Ende nochmal mit den Worten von Oliver Glasner unterstreichen wollen. Macht's gut. Und vielleicht liegt das genau an diesem Pokal-Gen oder wie auch immer man es bezeichnet. Wir haben natürlich noch einige Spieler, die 2018 dabei waren. Wir haben auch noch relativ viele oder die Hälfte der Mannschaft, die in Sevilla mit dabei waren. Die danach, einige, die zweimal am Römer gestanden sind. Und ich habe schon oft gesagt, das prägt sich halt bei dir ein im Herz. Und wenn du das mal miterlebt hast, ja, das macht schon ein bisschen süchtig dort. Ja, also wie gesagt, kann man nur selber sagen, bin gestern mit der Familie dann am Römer, war ja rappelvoll gestern, weil so schönes Wetter war die Stadt. Und klar habe ich auch gesagt, wäre schon geil hier wieder zu stehen in ein paar Wochen. Ja, ist ja so wahrscheinlich, wenn man eine Umfrage gemacht hätte am Römer, hätten wahrscheinlich alle gesagt, eine Meise in der Birne. So wie er gerade spielt. Aber dieses Gefühl dort ist schon was Einzigartiges. Und das hilft dir vielleicht auch, das ein oder andere, was war, vergessen zu machen, weil dann diese positiven Gefühle überwiegen. Und ja, das denke ich, könnte vielleicht so ein Aspekt sein. Weil eine rationale Erklärung habe ich nicht dafür. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.